Ah ja, ein Kaninchen haben wir auch noch. Legen wir auch auf den Grill. Hi und herzlich willkommen hier zurück zu The Long Dark Winter Mute und wir waren hier in der letzte Folge noch in dem Haus hier oben und da gehen wir mal wieder raus und na toll, es ist neblig, na toll, ähm, meine Lateine kann ich mal wegstecken, den hier nehme ich auch mal mit, in den glänzenden Lackpolling, äh, Blaupause, irgendwas entdeckt, keine Ahnung, ich kann es nicht lesen, so schön und es ist kalt trotz unseres tollen Gewandes. Da unten war irgendwo ein Wolf, der sich an einem Kaninchen vergnügt hat, anstatt mich zu nehmen, glaube ich, ja, 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 schon gut, ja, ja, komm, ich wollte nur das Kaninchen haben, nicht rückwärts laufen, bitte, wenn ich von dem Wolf weglaufe, in Anführungszeichen. Ach ja, kannst du bitte den Maul halten, ne, schon weg, so, sind sehr schwer, ähm, ja, gehen wir mal zur Kirche, weil, ähm, ich glaub, die war da rüber. Kein Wolf, kein Wolf, gut. Ich guck kurz nach auf der Karte. Die war, die war da rüber. Oder, oder war die? Ja, die war da rüber. Wir müssen noch zum Grab von der Lilly. Das machen wir noch ganz kurz. Und da gehen wir uns, glaube ich, in der Kirche raufwärmen. Und da hängt ein Stück Stoff. Stück Stoff. Stück Stoff. Okay. Können wir uns eh nicht ansehen. Wir sind wie immer überladen. Und wir haben letzte Folge leider noch ganz, ganz zum Schluss den Gewichtsbonus verloren, weil ich vor dem Schlafengehen vergessen habe, dass ich was esse. Es, ja, ärgert mich. Aber ja, ich kann's nicht ändern. Ja, dann latschen wir mal wieder da rüber zur Kirche. Waren wir ja schon lang nicht mehr. Ist wirklich schon ein paar Folgen her. Also jetzt die 15. und der 9. Folge waren wir, glaube ich, bei der Kirche. 8 oder 9, irgendwie sowas. Das ist wirklich schon lang hier. So, ich sehe halt absolut nichts. So, Koffer am öffnen. Wir haben ja kurz Zeit. Ist leer. Ja. Schön. Schau mal. Ja mal. Nix. Okay. Nix. Okay. Nix. So. Dann schauen wir mal hier hin. Da hinten läuft ein Wolf rum. Da ist leer. Da reichen meine Hände nicht. So. 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 Nichts. Ähm. Hier ging die Straße hoch. War kurz verwirrt. verwirrt. So. Dann haben wir noch ein Auto. Dann sind wir auch schon bei der Kirche. hier. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Muss ich hier einsteigen, damit ich der Tiere suchen kann. Das Handshu-Fach. Nichts. Schade. Hier und wieder liegt da ein bisschen Essen drin. Ich glaube der hier steht schon länger da. Nö. Kommt mir ganz gelegen du. Das finde ich ganz gut. Haben wir das Messer eigentlich? Nö. Haben wir nicht. Reihenfedern. Auch schön. Für Pfeile ne. Neuer Ort entdeckt. Friedhof ist da hinten. Ja. Ruby. Rps. 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 Ja. Ich. Schmeile mir noch ganz kurz rüber zum Friedhof. Der ist da. Wie ich schon vermutet habe. Noch ganz kurz. Leer. Okay. im auto war ich schon drin. ich hoffe da ist kein wolf. Nö ist es safe aus. So dann haben wir Liam, Emily, Jessica, Lee Barker. Ein Kind zu verlieren, Errungsschaft freigeschaltet, aufs Team, haben wir die Quest auch abgeschlossen. Die ist Zeitquist. Ich kann nicht fühlen meine Hände. Jetzt schmeißen wir uns hier kurz rein. Machen ein Feuerchen. So, mit einem Stock. Dann nehmen wir die hier. Dann machen wir das Fleisch ganz kurz fertig. Weil wir haben eh Hunger, glaube ich. So, ein Tolles haben wir ja. Ein bisschen. Schimmiges Re. 31 Minuten, das geht sich ganz gut aus. Essenstechnisch. Ja. 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 Ich nehme das mit. So. Die Sardinen können wir eh nicht auf den Grill werfen. Ja. Ja. Wir haben jedoch sicher ein bisschen Zeug liegen gelassen, oder? Ich bin mir fast sicher, wir haben hier irgendwo was liegen gelassen. Weil wir zu schwer waren. Stofffamilie. Cool. Reru. Haha. Reru. Cool. Wir haben echt alles mitgenommen? Okay. 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 Ist okay. 35,44 Kilo. Äh. Kann man irgendwas machen? Ähm. Grenzenlackbolling. Zu einem natürlichen Getränk. Ähm. Heilsame Eigenschaften. Okay. Die Schlinge können wir herstellen. Okay. Ja. Verband. Haben wir genug. Äh. Ausstöcke. Okay. Aber wir haben ja noch 21, also geht's nicht aus. So. Wir warten mal ganz kurz. Wir nehmen das ganz kurz. Wir wärmen uns hier drin echt gut auf. Dufttemperatur 1 Grad. Das ist schön. Gefühlt 17 Grad. Boah. Nice. Also ich glaube wir sind wieder warm genug. Um unsere Reise anzutreten. Hier hat man noch ein bisschen Stoff. Hier hat man noch ein bisschen Stoff. Aber ja. So. Noch eine Sache. Kehre zur grauen Mutter. Oh. Ja okay. Wir latschen eh vorbei. Ja. Wir latschen vorbei. Dann laufen wir hier hin zu den milden Versteck vor. Was? Vorratsverstecke. Okay. Und dann eben zum verlorenen Partys. Dann geht's irgendwo da so lang glaube ich. Mal schauen. Wir gehen sowieso da irgendwie dahin. um Kurzwählen-Turm. Nochmal. Wir kommen hier Zeit. Das ist irgendwiePMann. Also halb so wild. So. Wölflich sieht es ganz clean aus. Wolf technisch. Tyler Clark. Okay. Ähm. Hm, 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 hm. Hier hätte man auch ein Kaninchen, das man mitnehmen kann. Und zwei Rehe. Aber ich habe keinen Bogen. Keinen Bögen, genau. Oh Mann. Oh Mann. Bleib doch stehen, wenn ich nicht essen möchte. Jo, ist das dein Ernst? Ernsthaft? Geht doch. Bye. Ich habe Hunger. Bestimmt irgendwann mal wieder. Wir sind leider echt schwer. Bei was? 38 Kilo. Wie schwer ist denn das Kaninchen? 2,5 Kilo. Ja, gut. Ähm. Ich mache das nicht unbedingt noch im Feuer machen. Ich muss jetzt mit der grauen Mutter, dann... Ja. Habe ich das Klinchen da rein. Aber zulegen könnte ich es noch, theoretisch zumindest das Fleisch. Und dann kann ich den Rest wieder wegschmeißen. 18 Minuten, das geht sich aus. So. Weil das hier... Kann ich dann ablegen. Weil das brauche ich eh nicht mehr. Den Rest nehme ich eh nicht mit. So, jetzt sehen wir auch wieder ein bisschen was. Finde ich ganz gut. Jetzt haben wir einen Wolf da, nehme ich auch. Naja, toll. Wir riechen ja ein bisschen streng. Nein. So, gleich nachladen. Weil wer weiß, wo das kommt. Ja. Und sonst so. Wieder zurück in Milton. Steht denn da eigentlich genau drauf? Milton established 1911. Town of Milton. Nicht blöd. Nicht blöd. So, dann... Schönes Wasser. So. So, 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 so. Ja, ne, wir riechen ganz gut. Ich hoffe, dass da kein Wolf ist. Sonst brauchen wir noch einen Schuss. Mann, wenn wir doch nur ihr Gewerbe kommen würden. Dann könnten wir die Wölfe auch essen. Das wäre ganz gut. Ja, ist doch ein Wolf. Speichervorgang. Okay. Ist das die alte Tod oder was? Ich habe keine Ahnung. Nö. Okay. Warum liegt auf einmal immer Zeug rum? Wenn ich reinkomme. Übertreib doch mal. Wahrscheinlich. Die zerlege ich. Ganz klar. So. So. Und hier repariere ich jetzt... Na, nicht zerlegen. Boah. Das war... Knapp. So. Schön. Boah. 2,5 Grad. Nice. So. Wir legen jetzt... Das Kaninchen da mal drauf. So. So. Dann reden wir mal mit ihr. So. Ich habe Lillie. Ihre Frau. Sie hat ihre Perle. Sie hat ihre Perle. Sie hat ihre Perle. Das war's gift I gave her, on her 16th birthday. She wanted to leave Milton, to be free. She had grown up here in the mountains, a climber. She wanted to leave to summit all the tallest peaks on Great Bear. I was afraid to let her go. Fought bitterly. And she left. She died, out there. In the mountains. In the wilderness. Losing a child is... It's like losing your own life. You have a kind heart, Mackenzie. But it's a heavy one. Go. Find your friend. Use Lily's climbing gear and her map. And maybe then her death won't feel... so empty. Thank you. I'll come back for you. You've done a lot for me, Mackenzie. I won't forget about you. Yeah. Mission abgeschlossen. Okay. Ich dachte kurz, da wäre noch was. Aber nein, wir haben die... Mission... auch abgeschlossen. So... Nehmen. Nehmen. Wir riechen immer noch... nach... nach... Ja. Immer noch was rohes, oder was? Nö. Getrocknet da da. Getrocknet da da. Getrocknet da da. Getrocknet das Leder. Stoff. Okay. Frisches Ganinchen gegart. Frisches Reh gegart. Ich esse das mal. Mal schauen, ob sich da was ändert. Ich hoffe... Ja. Gut. Gut, 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 gut. Ich möchte gern ihr Gewehr... Das wird mir... so arg helfen. So. Dann... sind wir aufgewärmt. Wir haben fast alles. Wir müssen noch ganz kurz noch zur Bank. Unsere... Gedärme mitnehmen. Wo er gemeint hat, wir kommen zurück... zu ihr. Irgendwann. Wir wissen ja nicht, wann das ist. Dann habe ich mir meine Därme wieder. Die sind nur geborgt. Die muss ich irgendwann mal wieder zurückgeben. So. Genau. Der Gnädchen-Pelz. So. Die schmeiße ich wieder hin. Frischer Darm. Frischer Darm. Frischer Darm. Frischer Darm. Frischer Darm. Frischer Darm. Da war ein Getrockneter dabei. getrocknet. Getrockneter getrockneter sein. Getrockneter getrockneter sagen. so so hier haben wir auch alles was wir brauchen ich denke schon ja ja das tausche ich noch aus das nähzeug und sonst passt das eigentlich gut dann sind wir dahin aber erst in der nächsten folge da gehen wir hier noch hin das vorratsversteck looten und dann geht es mit der story weiter hier ich glaube das schafft wir beides in der nächsten folge also macht's gut haut rein ich bin raus bis dahin bis zur nächsten folge bis dahin ciao ciao